Ich grüße euch Freunde und willkommen zurück bei Call of Duty Wenger Festival Fever. Ich will euch natürlich zeigen worum es dabei geht. Dreimal Krampus töten, die Elfen und die Vorräte. Der Rest erklärt sich von selber. Also zu Krampus erstmal. Den bekommt ihr natürlich in Armageddon spielen. Wenn ihr natürlich das macht was ihr nicht sollt. Nehme ich den Team Deft jetzt zum Beispiel kämpfen. Oder in der Stellung einfach von der Stellung fernbleiben. Dann taucht er bei euch auf. Ihr müsst ihn nur noch eliminieren und kriegt dann ein Geschenk. Zu den Elfen. Ja die findet ihr eigentlich überall auf der Map. Hört ihr durch so ein Lachen. Je näher ihr Lachen kommt. Desto näher ist der Elf. Ihr müsst in jeder Ecke gucken. Eigentlich auch ganz einfach wenn ich nehm den Raketen werfe und ballert einfach überall rum. Zu den Vorräten natürlich in Armageddon fallen sie immer vom Himmel. Dazu müsst ihr die nur öffnen. Eigentlich war es das schon alles. Also macht's dir gut. Bis zum nächsten Mal.